hi leute willkommen bei einem neuen video heute geht es mal nicht um eine figur an sich sondern heute möchte ich euch gerne meine roomtour zeigen ich hoffe ihr habt spaß wenn ja lasst mir gerne ein abo da unten like und schreibt gerne in kommentare was ihr so von meinem zimmer haltet es ist nicht das größte aber ich habe versucht daraus zu machen was möglich war viel spaß so fangen wir mal in der ecke an das ist ein orko den meine frau für mich gemalt hat hier ist der schreibtisch relativ unspektakulär hier habe ich noch ein paar simpsons und marvels figuren das ist mein messer aus dem rambo film hier habe ich die ganzen ova ps einige habe ich auch im keller und so weiter hier kurz vorm fenster habe ich noch ein paar masters fotos und eine uhr so ich habe auch etliche sachen in kisten also ich konnte nicht alles zeigen also ich habe noch etliche kisten hier unten habe ich unterm schreibtisch ganz viele comics kistenweise wie ihr seht hier sind auch noch dies und das drinnen in der großen kiste so dann fangen wir hier an das ist eine umlackierte shira burg die ist mit so einem mit so einem plastidip oder wie das heißt da kann man also spurlos wieder abziehen dann ein paar stofftiere die ich von meiner frau gekriegt habe opel bären extra angefertigten für mich so in der vitrine habe ich meine revelation figuren ich habe auch noch ein paar classics dabei getan die ich hier hatte noch und ich finde die passen ganz gut haben ja dieselbe größe da sind auch noch alles revelation figuren ich habe noch nicht alle aktuellen aber die werde ich mir auch sicher bald holen so dann geht es daneben weiter hier habe ich einmal den batwing heißt der glaube ich von animated series ich muss mich entschuldigen wenn ab und zu die sachen ein bisschen staubig wirken ich bin schon immer dran aber wenn man mit dem letzten regal fertig ist ist das erste regal schon wieder zugestaubt hier habe ich ein eine mock figur von new adventures den skeletor die einzige mock figur die von new adventures habe dann haben wir hier noch ein paar vintage figuren unter anderem scareglow laser light skeletor und battle armor skeletor dann haben wir hier von den in anführungsstrichen normalen masters den einzigen mock den ich habe ich hoffe man kann es mit dem licht sehen weil ohne lampe ist es leider zu dunkel das ist das weapons pack das habe ich im server case dann ein paar vintage human figuren und dann geht es unten weiter da habe ich eine unvollständige frei zone die habe ich als deko einfach reingestellt und sie ist für mich was besonderes weil die ist original aus meiner kindheit von mir habe ich ein paar figuren noch eingestellt dann im nächsten fach habe ich den masters adventskalender umgeöffnet und ein paar figuren auch einen von den 2000x den stratos ich finde diese stands übrigens absolut genial wenn die figuren nicht richtig stehen wollen im untersten fach sind auch noch einige vintage figuren viele davon habe ich von meiner frau geschenkt bekommen dann geht es hier weiter dieses castle greyskull ist auch original aus meiner kindheit da habe ich nur das tormann nachgekauft dann haben wir hier das schwert der macht als brief öffner wieder vintage figuren die guten hier sind die bösen snake mountain dragon blaster skeletor noch ein scare glow dann haben wir spider mit immer schwer mit dem licht ich mach mal ich mach mal die tür auf spider mit anti anti turnier he-man das ist ein custom kein gut gemachtes ist der normale vintage he-man dann haben wir oben noch eine komplette frei zone sie ist fast komplett leider sind hier ein paar äste abgebrochen aber das stört mich nicht weiter weil die meisten äste sind ja noch dran und hier habe ich einen anderen drachen rein gemacht viele kennen ihn aus der masters gruppe der passt genau da rein und den musste ich einfach haben das gibt dem ganzen drecken ganz anderen ganz andere optik habe ich hier den modulok und den multibot mit viel ersatzteilen so dann haben wir ganz oben von he-man your adventures das geile raumschiff das musste ich einfach haben das ist so genial und so ein riesen klopper machen wir hier mal zu wie gesagt wenn ich die lampe ausmacht sieht man leider nichts dann geht es hier oben weiter hier habe ich einmal die flagge von mask und einmal von den masters die passen auch genau von der breite hier rein so dann geht es hier oben mit mask weiter ich will jetzt nicht jedes fahrzeug einzeln aufzählen das ist einfach zu viel und dann dauert zu lange ich gehe im einzelnen meinen videos nochmal auf die einzelnen fahrzeuge ein hier oben habe ich auch noch aus den 70ern ein paar playmobil fahrzeuge und ich lasse einfach mal die bilder sprechen das ist ein regal was ich an die vorhandene vitrine angeschraubt hatte um mehr fläche zu kriegen ich habe halt nicht viel platz in dem zimmer aber ich versuche es so optimal wie es mir irgendwie möglich ist zu nutzen hier noch ein bisschen werbung für meinen kanal dann haben wir hier den rino zweimal einmal mit schwarzem satellit einmal mit grauem könnt ihr auch in einem meiner videos genauer sehen das schon online ist wie ein in englischer sprache ein masters heft das quartett von masters die ovp sind und die fahrzeuge sind nicht alle im top zustand aber ich war froh überhaupt was zu kriegen hier haben wir noch drei hörspiel kassetten von den masters mask entschuldigung schon wieder verplappert egal hier aber auch noch ein schönes kinderbuch von mask fand ich auch ganz geil das hatte ich auch mir auch bei ebay geschossen es ist nicht viel text drin aber ich finde es ganz ansehnlich und es ist im sehr guten zustand ich denke mal für die paar euro die ich dafür hingelegt habe nicht verkehrt jetzt auf jeden fall weiter mit mask in der vitrine ist nur mask jetzt muss ich mich mal hinknien die alten knochen dann haben wir hier noch mehr mask auch die adventure packs sind hier vertreten ich weiß ich habe manche fahrzeuge doppelt und dreifach aber ich möchte es so ja noch mal mask eine etage tiefer da ist auch der der dynamo der ist mint den habe ich so selber ausgepackt weil die verpackung beschädigt war und selbst da war die maske leider schon hart aber ich habe ihn ja mehrmals aber bei allen ist die maske hart ich weiß auch nicht dann geht es hier unten weiter noch mehr ovps mit fahrzeuge ich habe auch zum beispiel hier beim raven habe ich jede variante der figur einfach dazu gestellt fand ich ganz gut so so das war die vitrine dann geht es hier weiter mit der vitrine die sozusagen mitten im zimmer steht da ist auch mask sich meinem aufmachen dann blendet weniger fangen wir hier oben an da sind noch ein paar karten die sieht man von der rückseite alle gut also von der rückseite der vitrine hier vorne sieht man auch die rückseite der karten die sind alle an punch die ganz rechts ist übrigens ein custom entschuldigung dann geht es hier unten weiter hier ist noch ein outlaw zum vergleich der ist mit schwarzen rädern und der ist mit chromrädern ich weiß nicht ob man es erkennen kann dann habe ich hier den ein oder anderen jackhammer nicht wundern ich habe die ovps extra so hingestellt dass man sie von der rückseite von der scheibe gut sehen kann deshalb sind sie auf der seite natürlich verkehrt so dann geht es ganz unten auch wieder natürlich mit mask weiter viele schöne fahrzeuge ich bin ein absoluter mask fan seit meiner kindheit das hat mich irgendwie nie losgelassen und wird es auch nie mask ist einfach kult genauso wie masters und wo ich masters jetzt anspreche ganz oben auf der vitrine steht eins meiner schmuckstücke die snake mountain von den classics richtig geniales teil dann finde ich dermaßen geil also ich war erst skeptisch denn ich war ich meine ihr wisst ja selber die ist nicht billig aber ich bereue es keine minute so das ist eine vitrine die ist von allen seiten verglast kamera drin dann habe ich hier nämlich meine tür und ich kann dann schön die snake mountain noch von der rückseite begucken und habe die nicht so an der wand stehen wie das viele haben wo man dann gar nicht mehr daran kann richtig da sieht man nämlich auch gut die ganzen karten die ganzen ovp die sieht man da richtig schön und wie ich sagte die ganz äußere ist eine custom karte so dann geht es mit der vitrine weiter ich muss dazu sagen ich hatte erst immer eine figur hingestellt in ovp und davor in lose aber irgendwann wurde das einfach zu viel so dass ich mich jetzt dazu entschieden habe um auch mehr platz zu kriegen und ich habe viel mehr platz dadurch gekriegt die ganzen ovp figuren in eine vitrine zu packen und die losen halt hinzustellen und hier habe ich alle masters manche auch doppelt den battlekett habe ich sogar fünf mal die ich bis jetzt habe also ihr seht die figuren rein gehen bis hinten hindurch da ist wirklich alles alles voll überall wo platz war ist halt wie ein lager hier ist auch noch alles voll sind die ganzen deluxe karten unter anderem wir haben scheinbar fisto und himmel eine kleine romanz am laufen ja so ist das hier sind auch noch überall figuren und hier oben auch noch ihr seht ihr ja ich glaube fünf figuren sind das so sieht so aus fünf figuren pro reihe hier oben liegen auch noch welche das war die vitrine ist erstmal die andere tür es passt für mich halt so am besten weil der platz wird auch nicht mehr im gegenteil er wird ja immer weniger hier habe ich die neu auflage der vintage ghostbusters auf karte ich weiß es ist nicht gerade aber irgendwie haben die figuren immer schräglage wenn ich sie mittig aufhängen das gewicht ist irgendwie nicht in der mitte obendrauf habe ich von dem mini comic origins triclops die beiden mailer ein bisschen playmobil da ist wieder mask da habe ich noch so eine kleine parfüm vitrine mit spiegel da habe ich so ein paar figuren noch aufgestellt das geht bis oben hin da hinten ist auch noch die ovp von dem new adventures raumschiff dann habe ich hier oben die fischerpreisburg die habe ich mir mal geholt die passt perfekt von der größe für die turnier minis die habe ich hier oben drauf stehen ich hoffe ich wackele nicht zu sehr dann habe ich von 1980 von playmo und playmo space die raumstation die wollte ich unbedingt haben weil die 80er jahre playmobil figuren ich und die haben irgendwie was ganz besonderes dann ist hier noch nochmal ein volcano ein paar leere boxen als deko von den revelations dann haben wir hier die nächste vitrine ein bisschen star wars ja ich bin auch star wars fan obwohl ich so gut wie nix habe diese figur ist original aus meiner kindheit den rest hat meine frau mir geschenkt zu den geschenken von meiner frau gehört auch dieser wunderschöne battle cat der ist ein eigenbau sozusagen und ich fand ihn richtig cool so machen wir mal hier weiter hier ist das comic-con exclusive von 2009 10 san jiego comic-con mit prinz adam und he-man ich zeige erst mal hier habe ich noch diverse verschiedene hot wheels und und zander kelds ghostbusters batman dann mache ich diese vitrine mal auf ich habe sauber heute ganz zweiten frosch im hals dann ist das ist der grayskull wrestling ring das hätte hatte ich ja gerade erwähnt dann habe ich hier noch diverse super seven karten die finde ich auch richtig geil besonders von skeletor das gesicht das ist der wahnsinn wieso machen die das nicht bei den anderen so ich finde das viel besser hier sind noch diverse super seven figuren paar origins dabei ganz unten habe ich noch mal den windrider von den origins einmal ausgepackt und einmal lose mit battle armor he-man hier habe ich noch den wonder bread oder den wunder he-man ist natürlich ein custom fand ich ganz geil damals machen wir den schrank mal wieder zu bin schon ganz außer puste dann habe ich hier das habe ich noch nicht fertig ich muss sie die ganzen kleinteile noch einräumen das ghostbusters haus von playmobil das muss ich alles noch da rein räumen weil ich mein zimmer immer wieder am umräumen bin und zu gucken ob ich irgendwie besser platz kriegt dann habe ich hier diesen richtig geilen hellboy der leider kein kopf hat der licht aber hier den muss ich nur wieder dran machen den haben die kinder mir leider abgemacht man kann ihn aber wieder dran machen man muss wahrscheinlich nur die figuren einmal warm machen dann hier diese schöne schöne tasse dann habe ich den funko pop he-man in groß ein paar mask puzzle dann ein selbst ausgedrucktes bild von von den masters fand ich ganz geil dann habe ich hier habe ich hier den battle cat als stofftier den schönen oder wunderschönen fright fighter ich finde dieses schluggerät so genial und den blasterhawk direkt daneben auch noch die ovp von dem fright fighter hier mit der figur hatte ich mal diese glow in the dark diesen kram versucht aber irgendwie naja ihr seht da das ergebnis so dann machen wir mal hier weiter mit der vitrine mit meinen beiden großen vitrinen wo auch auf der anderen seite mask sachen drin waren hier habe ich alles origins die bösen die evil warriors hier den originalfilm den echt film hier sind zwei statuen die ich mal bei ebay geschossen hatte sind ganz geil gemacht dann haben wir noch mehr origins ich habe da von alten verpackungen immer die die artworks ausgeschnitten sondern als so eine art hintergrund haben wir da so ein treppchen gebaut dass man die hinteren figuren auch besser sehen kann dann haben wir hier vintage ghostbusters und ein paar stofftiere von ghostbusters hier ist dieser projektor kenner wissen wie der aussieht ich will ihn jetzt nicht aus und sonst gibt das leider alles um denke ich mal der ist auch original aus meiner kindheit aber funktioniert leider nicht mehr hier haben wir die andere waffe die hat alle geschossen dabei und funktioniert tadellos dann haben wir hier die ghostbusters statue von diesem dvd pack dieses wunderschöne ghostbusters vintage hauptquartier ich fand das damals schon so genial und diverse geister auch noch dann haben wir hier unten krimskrams da will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen unter anderem das inspector fahrzeug mit ovp und diverse masters und ghostbusters und playmobil und alles mögliche wozu ich keinen platz mehr habe dann gehen wir einfach weiter hier haben wir die vintage fraktion hier ist aber gut und böse durcheinander also da habe ich das jetzt nicht geordnet weil das sonst schlecht gepasst hätte hier im hintergrund seht ihr die ganzen ladybird bücher wirklich sehr schöne teile hier ist ein ton von skeletor und ein tisch den hat meine frau mir geschenkt das sind custom sachen fand ich sehr geil besonders die die spitzen die sind so scharf also in kinderhände darf dann nicht kommen hier ist montag heißt glaube ich montag korrigiert mich wenn ich falsch liege dann eine einfach weiter unten haben wir noch mehr masters noch mal zwei doppelte ladybird bücher ich habe auch einige figuren doppelt aber das stört mich nicht ich freue mich an jeder figur point red habe ich auch hier wegen der höhe man kann die vitrinen regale leider nicht in der höhe verstellen habe ich die felsen hier und den talent fighter habe ich hier übrigens nicht wundern ich baue die sorceress noch zusammen nur ich kriege irgendwie das beingummi nicht rein gefummelt weil die olle so eine schmale tali hat dann jetzt einfach tiefer hier habe ich hauptsächlich fahrzeuge die habe ich aber erst seit kurzem so angeordnet weil vorher hatte ich überhaupt kein platz dafür von daher ist das ganz gut gewesen dass ich die ganzen ovp sachen in eine vitrine gepackt habe zumindest die meisten dann geht es hier weiter batman animated series ist das meiste hier noch so ein kleines bett mobil mit ovp steht der sound da kommt so ein knacken wenn man wenn man den rollt fand ich ganz geil den habe ich auch damals bei ebay geschossen das soll der sound sein aber gut sieht man nicht alle tage das bett mobil finde ich sehr geil leider fehlen die heckflossen habe ich bei ebay geschossen mit ovp für einen euro ja für einen euro hier ist das bett mobil auch mit ovp hier ist bruce wayne street jet der ist noch da drinnen mit figur die sachen sind nicht komplett ich sammle auch nicht so viel von den animated series aber ich fand sie immer geil hatte als kind auch ganz viele sachen gehabt davon dann ein weiteres regal drunter ist meine turtles abteilung habe ich auch nicht so viel aber ich bin absoluter turtles fan seit meiner kindheit viele der figuren sind sogar aus meiner kindheit ich habe mir lange nichts neues mehr geholt aber viele sind als kinder kindheitserinnerung hier oben ist zum beispiel die männliche version von polly pocket ich weiß gar nicht wie die wie die heißen hier für jungs übrigens ist hier ein unbespielter mint party wagen drin in der ovp im neuzustand und der hier ist auch unbespielt das war eines meiner lieblingsfahrzeuge von den turtles hier mit dem kleinen kerl kann man murmeln abschießen aber er hatte ich bis bis dato auch noch nicht gesehen das sind diese turtles die man die man so umwandeln kann so dass sie aussehen wie normale schildkröten und dann wiederum aussehen wie halt die typischen turtles unterseite klar und wenn man die auf macht natürlich jetzt ein bisschen vorführeffekt naja auf jeden fall sind bekannt da kann man die köpfe drehen und dann kann man die halt verwandeln wieder das ist auch ein turtles ring fand ich auch cool ist leider zu klein für meine wurst finger ja hier unten geht es weiter hier ist einfach nur stauraum mask das ist übrigens ein flinstone von den flinstone eine tankstelle die ist auch original aus meiner kindheit aber ich man kann nicht alles aufstellen leider so ich mach mal schon mal auf dann geht es eine vitrine weiter castle greyskull von den origins mit der dazugehörigen sorceress dann ist hier das battlefield warrior set was ich absolut genial finde immer noch ich bin immer noch begeistert ein custom sorceress starb vintage dann nochmal den adam mit dem sky slate von den origins hier haben wir einmal in ovp und einmal lose den stridor fand ich auch richtig cool und bin richtig auf den night stalker gespannt jetzt muss ich erst mal aufstehen so eine etage höher meine starcom abteilung die meisten sachen habe ich noch aus meiner kindheit wie den shadow bed da habe ich nur mal die klappen und die kanonen von einem schlachtfahrzeug genommen hier ist diese arztstation oder ambulanz die man zu einem container umwandeln kann das ist richtig geil die sachen sind so alt hier rutscht das wieder zwischen die vitrinen fächer liebe verschreibungen hier fast neu zustand und guckt mal hier die sind so alt die sachen die funktionieren auch tadellos ohne batterien damit erschreck ich immer die kinder ja und hier ganz oben haben wir noch mal den mini comic triklops den habe ich wenn ihr es vielleicht gesehen habt in der vitrine lose und auf karte im sora case mit dazugehörigen comic mit beleuchtung das muss sein so und zu guter letzt die letzte ich will nicht sagen vitrine es ist ja nur ein regal eine seite da habe ich die die micro masters stehen und ein paar maskfahrzeuge noch mal dann wovon ich auch ein riesen fan bin aber leider noch nicht so viele sachen von hat die mega construct sachen von den masters das sind richtig detaillierte und schöne sachen jetzt auch noch mal weiter mit dem micro micro nicht mit den mega construct masters dann haben wir hier die schöne büste die ich in einem meiner videos vorgestellt hatte von mask custom dann ein orko stempel der wohl mal beim vorbesitzer warm geworden ist weil ihr seht selber der blister ist eine etage tiefer gerutscht leider und was ich jetzt wieder angefangen habe zu sammeln die masters reaction figuren der leuchtet auch richtig stark und ich finde die artworks einfach genial dann geht es eine etage tiefer und schreibtisch stuhl ist im weg ja das ist eine ganz besondere abteilung und den terminator dahinten den hatte ich mir nachgekauft den hatte ich aber auch original in meiner kindheit deshalb musste ich den unbedingt haben dann ein paar transformers biker mais from mars captain planet x-man lucky luke alles original aus meiner kindheit und diesen m&ms wagen den habe ich in meinem las vegas urlaub damals 2018 habe ich mir den geholt das ist sozusagen ein m&ms spender man drückt den arm nach nach unten und dann kommen aus dem kofferraum m&ms raus richtig geil und hier haben wir noch mal ein turtles fahrzeug das technodrom mit ovp und wie sich das gehört soweit ich weiß im kompletten zustand könnte mich gerne korrigieren wenn ich da falsch liege aber ich kann jetzt nicht sehen dass hier was fehlt richtig schönes teil übrigens es gibt ja noch das große technodrom aber das hier finde ich auch richtig cool wie gesagt ich bin auch ein turtles fan man muss ja nicht immer alles von allem haben man kann ja trotzdem fern sein ja und das war es im grunde schon mit meiner room tour mehr ist jetzt nicht das hier ist mein kleiner kratzbaum den habe ich in meinem zimmer stehen da machen schlafen meine katzen immer ziehen sich da immer von den kindern da zurück wenn sie ruhe brauchen ja und ansonsten sind wir wieder bei meinem schreibtisch angelangt so das war's mit meiner room tour ich hoffe sie hat euch gefallen schreibt mir gerne in kommentare und wie ihr die sachen so findet es wird sich immer weiter verändern mein zimmer und ich werde es auch immer wieder umbauen aber ich wollte es einfach nur mal zeigen macht's gut